Also wir machen jetzt eine Stadt in Not, allerdings nachdem er versehentlich Alponos Verstärkung versenkt hatte, musste Alexis die Stadt auf einen Kampf vorbereiten. Die Taten der anderen Adlerlegende wieder gut zu machen puppten sich allerdings eher schwieriger als gedacht. Ja, falls ihr das verpasst habt, natürlich, wie immer, die anderen Folgen angucken. Ja, ich sag so viel, der Schmied ist gestorben. Und die Pferdezüchterin hat sie freiwillig von der Klippe gestürzt und Ayers wollte sich verbrennen lassen. Ich habe aber das nicht gemacht, so musste ich ihn töten. Also geht es jetzt weiter. Nein, werde ich nicht. Das kann ich jetzt gleich sagen. Ich bin nicht der echten Adlerlegende der Ruf. Also irgendwie scheint hier wirklich das Pech mich zu verpögen. Ich hörte, sie hat einen Hengst für mich eingeritten. Nikkei ist tot, ja. Nikkei ist tot. Sie dachte, ihr Pferd wäre Pegasus und ritt einfach von einer Klippe. Sie ist... Was? Na gut, wir brauchen keine Pferde, wenn wir Waffen haben. Wie viele hat Kalipides gefertigt? Kalipides ist auch tot. Was für eine Art von Unfall? Die richtig schlimme Art. Er hat ein paar Steinblöcke nicht gesehen. Er ist einfach in sie reingelaufen und... Das reicht. Ohne Waffen werden wir sterben. Wir haben noch nicht über Arias gesprochen. Hast du ihn gefunden? Ja, also ich fand Arias und dann starb er. Arias hatte diesen Helm, der ihm Unsterblichkeit verleihen sollte. Und? Hat er nicht. Ach, Malak. Wem sagst du das? Ich würde buchstäblich jeden anderen fragen. Oder welche Wahl habe ich denn? Ich brauche jeden mit einer Klinge an meiner Seite. Du kannst doch nirgends kümmern, oder? Ja, also das eigentlich schon, ne? Ähm... Gehen wir Piraten töten? Gehen wir. Nicht viele wären so ehrlich gewesen, wie du. Das war die Quest. Eine Stadt in Not, allerdings. Ich hoffe, wir können diese...